Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 25. Januar. Gut, fangen wir wieder mit unserem Rückblick an. Am Vortag hatten wir die Markierungslinien hier bei 11.030 hellgrün gehabt und dann 11.100 rot und 11.130 dunkelrot. Und das war dann auch die Tagesspanne ungefähr, also im Bereich von 11.030 wurde das Tagestief erreicht. Hier hätten sich dann eben Long-Positionen angeboten und im Bereich hier von 11.100, 11.130 ungefähr lag dann das Tageshoch. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir hatten ja am Nachmittag, am Vortag da ein wenig geschweckelt, gerade nach der Pressekonferenz der EZB. Da ging es dann ein wenig nach unten unter 11.100 Punkte und da wackelte der Aufwärtstrend ein wenig. Aber ich hatte dann ja im Kommentarbereich auch geschrieben unter dem Video, dass der Index wieder über 11.100 Punkte ansteigen muss, damit wir weiterhin im Aufwärtstrend bleiben und der Kreis weiterhin blau bleibt. Wir sind dann mit 11.130 Punkten aus dem Handel gegangen mit einem kleineren Aufschlag von 0,5%. In der Nacht ging es dann aber deutlich hoch und wir werden höchstwahrscheinlich am heutigen Freitag mit einem Gap-Up eröffnen. Der DAX befindet sich vorbürstlich bereits im Bereich hier von 11.190 Punkten und damit auch nicht mehr weit entfernt von der markanten Widerstandslinie hier im Bereich von 11.200 Punkten. Schauen wir uns eben den Tagesschart mit den Markierungslinien für den heutigen Freitag an. Gut, für den heutigen Freitag, da haben sich die Markierungslinien nach oben verschoben. Das liegt einfach daran, dass wir einen Gap-Up erwarten und der Index eben, wie gerade schon erwähnt, hier im Bereich von 11.200 Punkten vorbürstlich notiert. Bis Handelsbeginn kann sich natürlich da noch einiges ändern, aber ich muss natürlich darauf eingehen und habe dann die Markierungslinien dementsprechend nach oben verschoben, damit die dann höchstwahrscheinlich für den Intraday-Handel am Freitag auch anwendbar sind. Wir haben dann für den heutigen Freitag bei 11.120 Punkten die dunkelgrüne Markierungslinie und bei 11.170 Punkten die hellgrüne. Das wäre dann praktisch für heute der Long-Bereich. Die rote befindet sich dann bei 11.220 Punkten. Da wird es dann schon etwas enger, weil hier auch der Widerstand sich befindet im Wochenchart. Bei den Wochenlinien, den Wochenschart schauen wir uns gleich noch eben an. Und dann deutlich höher bei 11.270 Punkten befindet sich die dunkelrote Markierungslinie. Also in diesem Bereich hier, 11.200, 11.220, da müsste man dann schon auf Schwäche-Signale achten. Sollte der Index von einem regulären Handel diesen Bereich hier nach oben durchbrechen, dann würde sich höchstwahrscheinlich die nächste Anlaufmarke hier ungefähr bei 11.270 Punkten befinden. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, der Kreis ist weiterhin blau. Und sollte sich das ändern, dann werde ich das natürlich im Kommentarbereich unter dem Video dann direkt schreiben. Hier haben wir dann den Wochenchart. Der hat sich hier bei den Markierungslinien nicht geändert. Wir sind weiterhin hier im Bereich zwischen der roten 11.050 und der dunkelroten Markierungslinie bei 11.200 Punkten. Und ja, wir befinden uns jetzt hier direkt, wie schon erwähnt, bei dieser dunkelroten Markierungslinie vorwürstlich. Bisher haben diese Markierungslinien uns ja immer ganz gut im großen Bild geholfen. Sollte am Freitag, also heute hier der Durchbruch nach oben gelingen, dann werde ich die Markierungslinien dementsprechend anpassen. Dann für den Montag, wir haben ja erstmal die Linien für den Tageshandel, die dürften erstmal ausreichen. Und am Montag werde ich dann mit dem neuen Morning Call dann diese Linien eben nachreichen. Gut, dann nehmend zum Abschluss noch den Monatschart. Der ist ja vielen von Ihnen schon bekannt. Den hatte ich ja schon immer wieder hier präsentiert. Gerade eben, weil er im großen Bild auch enorm wichtig ist. Wir haben ja hier die untere Fibonacci-Linie vom langfristigen Fibonacci-Faker. Die läuft hier schon seit über zehn Jahren. Und nun hatten wir praktisch im Vorjahr hier dieses Tief erreicht am unteren Fibonacci-Faker bei 10.500 Punkten. Und sind dann hier nach oben abgeprallt und befinden uns aktuell noch in einer Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend. Allerdings könnte hier auch langfristig ein Trendwechsel stattfinden. Genauso wie hier in der Vergangenheit es an diesem Fibonacci-Faker dann langfristig wieder nach oben ging. Also dies bitte beachten. Wir könnten uns im großen Bild eben an einer Wendemarke befinden. Und es ist nicht klar, ob wir doch wieder nochmal nach unten kommen und diesen Bereich hier von 10.500 Punkten oder tiefer anlaufen. Gut, dann wären wir wieder durch für heute. Wichtig ist vor allen Dingen heute die Marke von 11.200 Punkten. Kann der Lax hier diesen Widerstand nach oben durchbrechen. Und wenn ja, wie weit würde dann dieser Durchbruch gehen, laufen wir dann direkt 11.270 Punkte an. Und kommt es dann in diesem Bereich doch nochmal eben zu einem Rücklauf oder brechen wir nun wirklich weiter nach oben durch und nehmen dann Kurs auf 11.500 Punkte. Ich melde mich wieder im Kommentarbereich unter dem Video und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg im Handel und ein erholsames Wochenende. Und am Montag melde ich mich dann wieder mit dem ING Markets Morning Call. Viel Erfolg und machen Sie es gut.